Bitcoin hat über Nacht wieder mal ein neues Jahreshoch erreicht, 2023, obwohl die News so unglaublich schlecht stehen um diesen Markt. Und wir wiegen heute mal einfach die positiven und negativen Aspekte der aktuellen Lage ab, schauen uns natürlich alle News bezüglich Binance, CFTC an. Wir gehen auf den Punkt ein, warum das sogar positiv für Ripple und vielleicht generell Krypto sein kann. Noch dazu habe ich am Ende des Videos bei einem Airdrop mitgemacht, wo sogar Vitalik Buterin, der Founder der Ethereum Foundation, tatsächlich repostet hat. Und ein, zwei kleine Extra-Themen sind natürlich auch noch mit dabei. Und damit natürlich herzlich willkommen zu diesem Video. Freut mich natürlich wie immer, dass du mit eingeschaltet hast und hier in diesem Bärenmarkt auf Social Media aktiv bist und weiter verfolgst, was Bitcoin macht. Denn ich kann eines sagen, in diesen Phasen, wo wirklich diese Euphorie komplett rausgewaschen ist und jeder so Bärmarkt, jeder Lower Low und alles schlecht ruft. Und die News natürlich auch nicht mal gut positiv sind, ist es natürlich der beste Zeitpunkt in Krypto aktiv zu sein. Natürlich vor sechs Monaten bei einem Bitcoin-Preis von unter 17.000 wäre es noch mal besser gewesen. Aber die meisten Leute werden tatsächlich erst nach dem neuen Ultimate über 70.000 Dollar Bitcoin kaufen. Das war in der Regel immer so aus dem Bärenmarkt heraus und viele Leute verlieren somit Geld. Und wir werden wahrscheinlich nicht dazu gehören. Was beim Bitcoin wirklich wild ist, ist, dass der tatsächlich ein neues Jahreshoch schießt in der Nacht. Natürlich super volatil, kein nachhaltiger Kurspump in diesen kurzen Minuten des Pumps in der Nacht. Aber der Preis ist schon mal gesetzt. Ein Higher High ist im Chart mit drinnen. Und mein Jahresziel von Bitcoin, 30.000 Dollar, welches ich am 1. Jänner festgelegt hatte oder bekannt gegeben habe, ist jetzt knapp vier Monate später haarscharf erreicht worden. Also es fehlen hier wirklich nur noch ein paar hundert Dollar und wir wären bei einem Bitcoin-Preis von 30.000 Dollar. Und rein wenn ich mir das so überlege, der Bitcoin wieder bei 30.000 Dollar, ist es ein unglaubliches Zeichen der Stärke. Egal ob wir jetzt Banken kollabieren haben, egal ob wir irgendwelche Wirtschaftsprobleme haben, Gelddruckerei, was auch immer. Als damals, 2018, der Bärenmarkt voll im Gange war, 19, die lowesten Lows überhaupt mit drinnen waren im Chart, bei Bitcoin unter 3.000 Dollar. Und dann der Bullrun gestartet ist, war es eigentlich unglaublich, dass Leute über 20.000 Dollar wieder Bitcoin kaufen, obwohl er letztes Mal von 20.000 auf unter 3.000 gefallen ist. Und es ist einfach brutal zu sehen, dass der Bitcoin-Preis damals nicht mal 30.000 erreicht hatte, was ja der Ultra-Bullrun war zu diesem Zeitraum. Natürlich, das All-Time-High bei 70.000 ist jetzt auch schon wieder viel höher. Aber rational gesehen, auf einen längeren Zeitraum, ist Bitcoin bei 30.000 Dollar ein unglaublich stabiler Preis, eine unglaubliche Machtdemonstration von diesem Asset, wie viel Fiat-Werbung es wirklich aufsaugt in diesen Phasen. Und das verstehen ganz viele Leute nicht, denn wenn ich mit Leuten rede, die irgendwie nichts mit Krypto zu tun haben, dann sehen die meistens nur, wo ist er gecrashed, wie viel Minus, wie viel dies, das, jenes. Aber auf die letzten 10 Jahre konntest du, glaube ich, kein Minus machen, wenn du irgendwo gekauft hast und gehudelt hast, außer hier bei diesen Tops über 30.000 Dollar. Gut, das ist leider so, aber ich wette darauf, dass Zeiten kommen, wo genau diese Phasen auch als sehr günstig anerkannt werden, Bitcoin unter einem sechsstelligen Betrag gekauft zu haben. Und im Endeffekt ist die Gegenpartei, gegen die Bitcoin spielt, ob wir gerade den Dollar sehen, der gerade massiv Seitenlage bekommt, weil er bei manchen wirtschaftlichen Transaktionen von China und von Russland jetzt ausgeschlossen wurde oder sogar delistet von manchen Börsen, kann es natürlich sein, dass es vielleicht einmal ein anderes Haupthandelspaar als Bitcoin und US-Dollar ist, aber nichtsdestotrotz, Fiat ist massiv am verlieren. Die Schulden vom US-Dollar, von den Staaten gehen unglaublich in die Höhe und Bitcoin hat einfach sein Halving, hat seine Inflation, die ist festgelegt und die sieht sehr, sehr gut aus, im Gegensatz zum Fiat-Geld. Ebenfalls ist es on-chain einfach nur mächtig zu sehen, wie wir hier in diesem Bodenbereich von Bitcoin massive Akkumulation gesehen haben, für Wallets mit mindestens 0,1 Bitcoin, das war damals bei diesem Bodenbereich 1700, 1550 Dollar und sind wir jetzt schon fast bei 3000 Dollar angekommen. Immer ein sehr guter Bodenindikator, wo hier akkumuliert wird, wo einfach diese ganze Streumenge von Bitcoin sich aufteilt und nicht auf großen Whale-Wallets sitzt. Und einen Abstieg in der Anzahl der Whale-Wallets konnte man diesen Bullrun extrem stark beachten, wenn man diese ganzen On-Chain-Wallet-Measurements und so dazugenommen hat. Das macht das Ganze auch schwieriger für einzelne Wallets, den Kurs zu dampen. Und die Qualität der aktuellen Hodler ist richtig gut, weil wir haben den Supply, der ein Jahr und länger auf den Wallets liegt, bei über 70% aller Bitcoins. Das ist ultra stark und ich würde auch keinem empfehlen, irgendwie unter seinem Einstiegspreis verkaufen, Minus zu realisieren. Und diese ganzen Glassnode Alert-Posts, ich reposte das immer sehr gerne auf Twitter, könnt mir dort gerne folgen oder auch dieser Seite. Man sieht dort einfach stündlich und täglich immer gute On-Chain-Daten, die normal kostenpflichtig sind. Und hier Supply Last Active, wie vorher schon gezeigt, aber auch der Supply Last Active vor mehreren Jahren, zwei bis drei Jahre, steigt gerade in die Höhe. Das sind sogar die Bullrun-Markt-Top-Einkäufer, die jetzt natürlich in der Statistik sich festfressen. Vor drei Jahren war sogar noch vor dem Bullrun und auch ich habe gute Teile meines Portfolios weder angerührt, noch gehandelt, noch irgendwie irgendwas damit gemacht. Also sind ja auch schon immer wieder Teile von meinem Portfolio, die sich in solche Statistiken mit reinfressen, ohne dass sie transferiert werden. Und das, obwohl es wieder mal FAT gibt wegen Binance. Ich glaube, das ist so der unglaubliche Boxsack in der Kryptobranche, wo jeder immer draufhaut, sobald irgendwas möglich ist, negativ und schlecht zu reden. Aber ich als großer Binance-Fan muss auch sagen, was ich bisher von diesen News mitbekommen habe, was ich bisher Videos über dieses Thema CFTC gelesen habe. Binance, Klage und Co. ist nicht gut. Also das ist auch so, wo ich mir denke, so uff, ja okay, das sagen mittlerweile schon sehr große Namen, ziemlich strikte oder ziemlich feste Sachen, die nicht gut sind. Und ach klar, wenn da jetzt rauskommt, dass Binance mit 300 In-House-Accounts hier gegen Kunden tradet, boah, dann sieht es schlecht aus. Ich habe zwar keinen einzigen meiner B&Bs aufgrund dieser News verkauft, aber wenn das Ganze jetzt in den Arsch geht, dann habe ich richtig viel Geld verloren. Aber ich persönlich, ich setze halt auf Binance. Ich denke, Binance ist richtig gut. Die werden sich da irgendwie hoffentlich rauswürgen, klettern, was auch immer. Aber ich glaube, es ist eh eine gute Option, wenn die jetzt ein Bußgeld zahlen von weiß Gott wie viel Geld und dann ein Handelsverbot in US stattfindet. Kann natürlich der richtige Weg sein. Das kann ein richtig teurer Weg werden für Binance. Aber wenn sie Dreck am Stecken haben und wenn sie nicht sauber arbeiten und sogar Kunden bewusst abziehen oder zumindest ja hier gegen traden, dann soll so ein Player nicht am Markt sein. So groß wie ich auch Binance-Fan bin, so gern ich diese Plattform habe und solange ich dort schon Kunde bin, wenn das so gehandhabt wird und ich auch weiß, dass vielleicht in letzter Zeit und in den letzten Jahren gegen meine Handelsstrategien getradet wurde, auf meine Verluste gesetzt wurde, dann muss das Ding vom Markt, auch wenn ich es nicht hoffe, aber ich hätte das gerne geklärt und wenn das sich so entscheidet, dass Binance nicht gut ist, dann ist Binance tatsächlich platt. Aber ich möchte da jetzt weder irgendwelche Theorien aufstellen und irgendwas. Ich lasse das Ding einfach mal sich entwickeln. Denn einen positiven Aspekt hatten wir schon. Die CFTC ist ja eine Behörde, nicht wie die SEC für die ganzen Währungen und Securities und was auch immer, sondern das geht um Rohstoffe. Und tatsächlich haben die CFTC diese Kryptowährungen, Ethereum, Bitcoin und Co. als Rohstoffe eingestuft und das ist natürlich jetzt Feuer für alle XRP Holder. Ich persönlich habe meine XRP komplett verkauft, ich hatte vielleicht ein paar hundert Dollar noch drinnen, weil der Coin über sämtliche Phasen, ob Bullen- oder Bärenmarkt, unglaublich schlecht gegenüber Bitcoin performt hat. Wäre man hier 2019 noch reingegangen, hätte man ein minus 80% Investment im Vergleich zum Bitcoin gehabt und ja auch dollartechnisch hat sich nicht viel bewegt. Natürlich kann man dann bei solchen Lows einkaufen, aber ich bin da eher ein gespannter Zuschauer. Ich habe da meine Erfahrungen mitgemacht und denke mir, dass es sehr viele gute Anwendungen gibt, in denen man ebenfalls investieren kann neben Ripple. Zum Beispiel, nur als Beispiel, dass man es gesehen hat, wenn ich mir den Bitcoin und BNB Chart rausnehme, sieht man, welche Qualität in dem Coin drinnen gesteckt hat bisher und welche Performance hier über sehr lange Zeit gehalten wurde. Das ist der BNB Bitcoin Chart und das ist der XRP Bitcoin Chart. Und das ist für mich schon ziemlich vielversprechend. Natürlich muss man warten, was jetzt bei der Klage rauskommt. Und wenn jetzt das schon als Rohstoff eingestuft wird, kommt darauf an, wie diese Tokens geschaffen wurden, ob es da jetzt ein Proof of Work, Proof of Sake und Co. gibt. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gratuliere aber jedem XRP Holder und ich bin jetzt noch eine kleine 2x Long Position eingegangen. Weil auf dem XRP Chart haben wir tatsächlich so eine Bodenformation geformt, wie beim Bitcoin im Boden. Und tatsächlich, wenn man hier dieses W rausnehmen möchte, ein W-Pattern wäre ein unglaublich gutes Boden-Pattern. Hier rejected zu werden bei dieser Neckline ist jetzt vielleicht nicht der optimalste Weg, dieses W-Pattern einzuleiten. Aber ein Weekly Candle Close über jetzt diesen Level von 53, 54 Cent. Wenn wir da auf die 55 Cent hochgehen, dann wissen wir, das könnte gut aufgehen. Und in einem Bärenmarkt sind manchmal Altcoins dabei, die irrational stark pumpen. Und sowas natürlich mit einem Low-Leverage-Trade mitzunehmen, ist natürlich nie so schlecht. 2x Long deswegen bei mir auf Ripple eröffnet. Einen kleinen Tipp habe ich dann noch für euch, weil es gibt gerade ohne Einzahlung, ohne dass du einen Cent bezahlen musst, nur für eine Anmeldung mit KYC einen 50 Dollar Deposit-Bonus. Also wer das noch nicht gemacht hat, ihr könnt euch hier mit dem obersten Link in der Videobeschreibung anmelden. Komplett kostenlos ein Konto machen und nur wenn ihr die KYC gemacht habt, ohne Einzahlung, bekommt ihr 50 Dollar Guthaben. Könnte man zum Beispiel jetzt auch für einen Ripple-Trade verwenden, ist komplett gratis. Und wer aber auch ein Handelsvolumen von über 30.000 Dollar im ersten Monat zusammenbringt, bekommt noch irgendwie glaube ich 50 Dollar im MX-Token von dieser Börse. Und top kann man natürlich machen, wenn man selber tradet. Wenn du Anfänger bist, würde ich genau so eine Promo-Aktion nutzen, dass du echte Gewinne machen kannst mit Geld, welches dir kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Denn da muss man normal immer aufpassen, beim Hebel-Trading verbrennen sich 99,9% der Leute die Finger und verlieren Geld. Wenn das Geld hier wirklich geschenkt ist, kann man sich sehr überlegen und trotzdem mitmachen. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Und jetzt noch ein kleiner Zusatz für alle Leute, die auf Ethereum irgendwelche Airdrops jagen. Denn ich werde mir jetzt noch zwei, drei große Airdrops raussuchen und bis nächste Woche in meine Videos packen, die wir kostenlos mitmachen können. Denn zum Beispiel Vitalik, der Founder von Ethereum, hat einen Tweet abgesetzt und auch gelobt, dass Tyco XYZ, so ein Krypto-Projekt, ziemlich gute Arbeit geleistet hat. Mir ist es dabei sogar egal, was diese Firma, dieses Projekt, dieser Token, dieser Blockchain, diese Lösung eigentlich macht. Auf jeden Fall Zero-Knowledge, gutes Stichwort, Ethereum Virtual Machine, gutes Stichwort. Ich möchte den Airdrop mitmachen. Und wie funktioniert das Ganze? Hier eine kleine Anleitung. Die einzige Sache, die man machen muss, ist bridgen. Und auch für das Bridging ist der Link in unserer Telegram-Gruppe oder in der Videobeschreibung mit drinnen. Und wir brauchen auf dem Sepolia-Network von Ethereum Test-Token. Und ich habe das zum ersten Mal gerade gemacht, war ziemlich lustig. Man muss nämlich für dieses Sepolia POW-Vset, das ist genauso auch in der Videobeschreibung verlinkt, den Laptop heiß laufen lassen, weil das ganze Ding läuft noch auf Ethereum Proof of Work. Das heißt, hier ein paar Minuten den Rechner laufen lassen und dann hast du auf deinem Wallet dann ein paar Test-Net-Token. Dann geht man hier auf Chainlist.org, gibt Sepolia ein, Connect Wallet und das Sepolia Network ist schon mal in deinem Metamask mit drin. Ich würde für Airdrops sowieso immer auch eine eigene Airdrop-Metamask verwenden, wo du keine großen Fans drauf hast, weil du musst dich mit dem Wallet auf verschiedenen Seiten immer wieder connecten. Und man hört immer wieder, dass da Metamask leergeräumt werden können. Die sicheren Seiten, die wirklich autorisierten Seiten von diesem Airdrop, da sollte das natürlich nicht passieren. Aber es ist halt immer wieder möglich, deswegen ein leeres Metamask-Wallet nehmen, verbinden. Und dann muss man hier einfach eine Bridge-Aktion durchführen. Wir haben hier ein paar minimale Mengen Ethereum. Ich hoffe, das reicht jetzt auch für diese Transaktion. Custom Receipt braucht man nicht. Am besten keine Fee einstellen, wenn uns das hier schon vorgeschlagen wird, weil so viel Ethereum haben wir jetzt gerade nicht gemeint. Ich habe den Rechner, glaube ich, 10 Minuten arbeiten lassen. 0 ETH passt perfekt. Ich hoffe, jawohl, es geht sich genau aus. Und das sollte mal die erste Möglichkeit oder die erste Voraussetzung sein, um hier bei diesem Taiko Airdrop dabei zu sein. Wie gesagt, so ein Projekt, wo schon Vitalik Buterin sein Auge drauf geworfen hat, könnte vielleicht aufgehen. Ich schätze, dass es weniger eine Nullnummer sein wird und dass es zumindest ein paar Dollar abwerfen kann. Dementsprechend nicht mit zu großer Hoffnung rein. Es hat nur ein Airdrop, der ziemlich leicht zu claimen ist. Und ein Punkt zum Satin-Launch noch. Wir haben bei der Satin-Dex ein Solidly Fork, ein VE33-Modell. Versucht Gains zu machen. Tatsächlich ist der Kurs auch ziemlich krass gepumpt in den ersten 5 bis 10 Minuten und ist dann brutal abverkauft worden, was ich so noch nicht ganz verfolgt habe. Ich habe auch gestern weder gevotet, war weder online, habe mich damit leider nicht beschäftigt und dementsprechend auch diesen Dampf verpasst. Und das wundert mich, weil eigentlich haben die richtig dicke Bribes am Start gehabt für alle Votings, für alle Möglichkeiten, die du hast auf dieser ganzen Seite. Wie gesagt, ich halte meine Coins. Ich halte sie auch von Factor Dauer. Das ist auch ein VE33-Fork auf Arbitrum gewesen. Und ich halte diese Dinge einfach, wenn es nicht gleich am Anfang explodiert und du gut verkaufen kannst, dann würde ich einfach mal überlegen, okay, wenn das Geld ist, was einem sowieso egal ist, dann lasse ich das einfach drinnen und warte mal ab. Und wenn es Geld ist, was du brauchst, dann hoffentlich noch mit Break-Even rausziehen. Aber das würde ich in sowas gar nicht investieren, in irgendwelche Altcoins. So, mit diesem Punkt beenden wir mal dieses Video. Es ist natürlich viel zu beobachten. Spannend, was der Bitcoin in nächster Zeit macht. Wir sind sowieso durchgehend online in unserer Telegram-Group. Da kannst du natürlich auch noch gerne mit reinkommen, falls du irgendwie Gespräche, Content, News und was auch immer suchst. Richtig cooler Austausch. Und dann sehen und hören wir uns schon, wenn du die 50 Dollar abholen möchtest. Wie gesagt, bei Maxi 50 Dollar Bonus nur für eine KYC. Und das ist auch schon die einzige Werbung, die ich für meine Videos mache. Keine YouTube-Werbung, keine sonst was. Ihr könnt gerne meinen Link benutzen. Und wenn nicht, dann auch kein Problem. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit euren Investments. Viel Erfolg mit Bitcoin, Altcoins und AirDrops. Wir sehen und hören uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch wie immer was. Ciao, ciao.